Guten Morgen! 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 Was ist das da in deinem Gesicht? Da weiß ich noch nicht waschen heute Morgen. Morgen YouTube! Wir frühstücken jetzt erstmal. Heute gibt's zum Frühstück? Weißwürste. Weißwurst? Standard Bayern. Wir frühstücken. Wie hab ich gelernt? Ab Brezen. Brezen. Weißwurst und Brezen. So. Wie sieht das aus? Was ist das? Ist das Kuh oder Schwein? Boah, du fragst Sachen. Keine Ahnung. Schmein? Keine Ahnung. Wahrscheinlich einfach so Industrieabfälle. Hauptsache geil. Das wichtigste auf jeden Fall süßer Senf. Ganz ganz wichtig für die Weißwürste. Sonst schmeckt das überhaupt nicht. Und Brezen haben wir auch da. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Doch. Und Weizen auch. Aber ein Alkoholfreies natürlich. Aber ein Alkoholfreies natürlich. Dann wär ich jetzt so ein Berliner. zu einem echten Bayer auf jeden Fall. Mal gucken, ob mir die Lederhose nach dem Frühstück da auch passt. So. Ab in Olympiapark. Tonio macht dich noch hübsch. Schwarze Socken. In weißen Sneakern. Ja. Weil ich's tragen kann. Weil ich's tragen kann. Ich würde auch so rausgehen. Du kannst nämlich wirklich alles rocken, ne? Ich kann alles rocken. Mit dem Ausgleich. Nee. Ich würde mich nicht lieb. Das macht mir noch ein Arbeiten hier. Ja. Ich glaub mir's noch mein Arbeiten hier sind. My Arbeiten sind noch auf Köln aufbangekommen. Ich habe keinen Bock zu trainieren, dann muss ich vloggen. Straddle planche jetzt, wie viel wiegst du? Ich mache ein bisschen slow-mo und dann sieht doch noch was aus. Machst du Sonnenschutz aufzeigen? Dreh dich mal um Flex. Hast du das vorher schon mal benutzt? Passiert ihm das öfter? Immer zu früh. Meistens bevor es überhaupt in die Hand genommen wird. Auf YouTube, ne? Jetzt sind wir auf YouTube. Ein bisschen Workout im Olympiapark in München. Flex und ich machen Pull. Tonje macht so ein bisschen Handstein. Los geht's mit One Arms. Erstmal Singles, 3-4 Sätze und dann geht's wieder mit Assisted Rips. Und dann geht's wieder mit Assisted Rips. Und dann geht's weiter. Was machst du jetzt für eine Übung? Ich nenn's Head-to-Bar-Pull-Ups. Ist aber keine eigene Kreativität. Und warum machst du diese Übung? Oder warum machen wir diese Übung? Einfach um ein bisschen die Ökonomität im Pull-Up zu verbessern. Was heißt? Naja, in dem Moment, wo wir uns in der Horizontalen bewegen, verschenken wir eigentlich ziemlich viel Kraft im Pull-Up. Und wir wollen jetzt eigentlich, ja, das Vertikale forcieren. Dementsprechend, ja, unterteilen wir die Bewegung in zwei einzelne Teile. Und können so deutlich bewusster im Pull-Up arbeiten. So in der Art, ja. Und können eben dann diesen komischen, ungeilen Teil besser trainieren. Und wie das Ganze aussieht, zeigen wir euch jetzt. Geber mit. Ja, 223-3. I'm on 10 again. Sage your name. Bit been Dope on flame, I just switched the lanes. Damn he did it again, I just flipped he angst. Stripping the dippern and bass esperten, slap on everything. Swemmin', you Jillbagin' away because I got big racks comin'. I put my low racks on it. I ain't skipped past losses, I had to get back off it. See the FitLab on it until they with my coffin. Money clip, eye-tossed it, I heard it. Big Bags, on Big Bags, on Big Bags coming, uh, uh, coming in, yeah, Blacks, I just wanna win, I just wanna win, yeah, LA, baby, who we runnin' with, yeah, 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Was machst du jetzt? Muscle-up-Doubles mit 5 kilos. Ist das nicht ein bisschen wenig Gewicht für ein Muscle-up? Schon okay. Hä? Hat das jetzt ein paar Sand gefahren? Ich glaube, das war der Opa dahinter. Muscle-up-Doubles mit 5 Kilos ziehen mich so doll nach unten? No, nicht ernst, bleib, alter-die. So, jetzt ein paar Frontlover-Rows. Eigentlich wollte ich Frontlover skippen, weil es mir auf die Eier geht, aber ein bisschen was wir noch machen. Willkommen zu Halt die Fresse Nummer 5, Akku-Ansage. Let's go. You're the one I trust. And I always be around. When I need some lovin' baby. No one else. Yeah. Yeah. Let you out. Was passiert dir gerade? Jetzt fängt es an zu regeln. Scheiße. Wir haben die schönen Wettersteuer nicht bezahlt. Alles wird hier versteuert. Willst du Sonnenschein, musst du immer noch nur die Blechen fürs Wochenende. Einer bleibt hart. Die Bessis. Schön im Regen. Gott hat Flex Waden gesehen und dann musst du ihm nach dem Wein ziehen. Wir konnten wenigstens ein kleines Workout noch abreißen. Jetzt regnet es. Das heißt zurück in die WG, dann geht es noch was essen und dann müssen wir uns nachher wohl im Regen die Stadt angucken. Semi-geil, aber Beste draus machen. Drei, drei, drei. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Was ist das? Ich war ja gar kein so ein Fitness-Influencer, sondern er seucht, er seucht. Ich hör mal in einer Bier zu stinken. 60 Kilo, Wormer. Fühlt sich nicht wie Wormer an. Was sagt unser kleiner Fettsack? Branche den 4x8. Machen werde ich 2. 1x2. Wenn ich wieder Bier trinke. Ich sehe, ich hebel, wenn ich Converse. Das ist wie Gott, Worms. Ich bin meine Position, was ich gegeben habe. Ich bin mit keinem. Set es auf. Top in der Morgen, ich werde set es auf. Du leben, ich werde set es auf. Shoot, wenn ich bin, ich werde set es auf. extendsende ausge "'Sense样", schneller auf die Tür von der Tür von après. Wie ist ein Зап spinales? fry wir ja gar nicht! ganzts office! Nicht ec Знаht, du bist Andreas! Sei gar nicht DIE! Das geht weiter, wir besuch's! InALte Hanfl arbitrafen, Wir nicht hier in die Bre Billy Hayden! Wir haben einen tollen Ort für die Bämme laufen. Man muss sich kein Gut um guter, 이해 und noch etwas... I keep lookin' at the bench like I could, never not ball Coach keep me in the game, Curry Deadly with the range I keep lookin' in the mirror like, who is he, I'm insane Who am I, he insane, guess I ain't no one to blame What's done is done, won't change, time to live up to my name Real be real, fake gon' fall Took time with this here, I'm made for woe No sleep in the wild, I won't fall No sleep in the wild, I won't it all I keep dying from, I see evil, I eat evil when I can't bounce Like today's sake, this how God works Play my position, what is given with no kind of sound Set it off, top of the morning, I'm gonna set it off You feel it? You feel it? Oh, oh, oh Was sagst du dazu? Gib mal eine Einschätzung der Leistung ab Nicht der Leistung, seine Leistung Ja Also ich fand's scheiße Flex, was machst du jetzt hier gerade? Flex, warum nimmst du jetzt 20 Kilo weg? Willst du jetzt wirklich nur mit 40, 50, 50 Also er dippt unilateral, ja Ach so, mal vergessen Neue Standards setzen Oder er macht jetzt One-Up-Polle Guck mal, wenn sich den Götter gerade so rummacht Klassischer Flex Aber das Ding ist, was ihr nicht wisst, hier will er rein Guck mal, guck mal, guck mal Guck mal, guck mal, guck mal Ouff